Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rebel Inc. hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir probieren heute mal auf einfach nochmal die Karte Pistazienwald. Aber dann halt mit unserer Ökonomin, denn ich möchte ganz gerne den General freischalten beziehungsweise auch hier unten weiter runter gehen und gucken, was die so alles können. Und deswegen werden wir mal gucken, ob das denn mit der Ökonomin möglich ist, eine Runde mal zu gewinnen. Bis jetzt haben wir es ja noch nicht geschafft. So, und deswegen gehen wir auch auf leicht und versuchen das hier auf leicht einfach mal durchzuspielen. So, Serarino, nö, Summer Winter, kann man das machen? Keine Ahnung. Summer Cyclone, Magnolia, Amethyst, Summer Watch, Summer Fighter, Summer Wind. Hatten wir es schon mal? Ich glaube, Summer Winter hatten wir es schon mal, ne? Ja, komm, dann machen wir es weg. Klicken wir noch ein paar mal drauf. Komm, wir haben Wind an, Struggle. Summer Willow, Summer Uniform, von mir aus. So, egal. Nehmen wir die Sommer Uniform einfach, ne? Die ist halt kurzärmlich. Und, äh, falls ihr mal, oder falls ihr noch wehrpflichtig wart und beim Bund wart oder ähnliches, dann kann man ganz kurz mal sagen, ähm, Sommer wird dort befohlen. Und dann heißt es halt Ärmel hochkrempeln, egal wie kalt es gerade draußen ist. So, gut. Wir bauen unsere Hauptquartier natürlich in der Hauptstadt auf. Hier habe ich nämlich den Vorteil, dass ich relativ wenig, äh, Position halten muss, um, äh, relativ, äh, großen Erfolg zu haben, beziehungsweise um dann meine, die Rebellen zurückzuhalten und noch relativ großes Land für mich zu beanspruchen. Denn es gibt nur hier eine Brücke, hier unten gibt es eine Brücke, äh, wobei man hier oben quasi die beiden, äh, Regionen hält. Einfach nur, äh, damit das dann hier sicher ist. Und dann hat man hier den ganzen Norden eigentlich schon abgesichert. Und dann muss man nur noch hier das abhalten. Und wenn es, falls die Rebellen hier hinten kommen, müssen wir so halt schnell bekämpfen. Aber, dann können sie auf der Seite sich ein bisschen auskämpfen und ein bisschen was machen. Aber wir können sie gut zurückhalten. Das ist die Möglichkeit, die Rebellen zurückzudrängen und einzukesseln, ist auf dieser Karte halt sehr gut gegeben. Und das wollen wir jetzt versuchen auch umzusetzen. So, wir müssen jetzt natürlich Regierungsprogramme ins Leben rufen. Und dazu gehört natürlich erstmal der Gebietssprecher, damit wir ein paar Informationen bekommen. Wir gehen auch gleich erstmal gegen Korruption vor. Das, äh, ganz wichtig. Und machen örtliche Melizen. Die sind noch relativ günstig. So, dann gibt es ein Dienstleistungsgespräch. Wir machen auch noch ein bisschen was mit Wasser und mit, äh, den Kleinigkeiten hier. Damit die Inflation nicht allzu hoch treiben, aber hier schon mal etwas, äh, geschafft haben für unsere Leute. So, dann wäre ich ganz gerne auch für die Viehwirtschaft und für den Landhandel. Und natürlich wäre ich jetzt hier dafür, aber die Inflation ist viel zu hoch. Deswegen werden wir jetzt einmalig die Inflation wieder runterdrücken. Gleich am Anfang. Und, äh, hier dann zwei weitere... Oh ne, das wird die Inflation wieder zu hoch treiben. Dann lassen wir die Inflation erstmal dort. So. Da, wo sie jetzt ist. So, die 20 behalten wir erstmal über und lassen erstmal noch eine Weile das Land laufen. Ähm, so, weiter geht's. Auf, abläuft die Zeit. Und jetzt haben wir aber sehr, sehr viele, hoffentlich gut, ja, Achtung, die Inflation ist mir klar, in die Infrastruktur, beziehungsweise in das zivile Leben schon mal erforscht, beziehungsweise auch ein bisschen was reingegeben, dass hier die Zustimmungsrate gut steigt. Wie man sieht, also die Straßen oder der Wald gibt halt eben auch wirklich dann hier oben keine Sicht auf das Gebiet erstmal. Das muss man dann alles feinsäuberlich erforschen. So, wir haben auch zehn Punkte mehr, äh, hier auf der Liste. So, unnatürlich einfaches Kämpfen gegen die Rebellen. Äh, was uns hoffentlich jetzt mit der jungen Dame denn mal einen Sieg beschert. Gut. Ähm. Ja, machen wir Stabilität hier. Gehen wir los. So, dann können wir ein bisschen beschleunigen die ganze Sache, weil wir jetzt hier mal warten müssen, bis wir jedes Jahr Geld kriegen. Ähm, und dann können wir dann einmal im Jahr ein bisschen Geld ausgeben, treiben die Inflation hoch, haben das ja auch wieder, um die Inflation runterzutreiben. Und dann können wir dort Sachen machen. Sachen machen ist gut für den Rücken, hat schon ein berühmter YouTuber immer mal gesagt. Falls ihr wisst, wer, könnt ihr das ja gerne nochmal schreiben. So, ich glaube, ich habe das schon mehrfach erwähnt. So, jetzt haben wir wieder ein neues Jahr, ein neues Glück. Wir werden uns weiterhin um die Korruption kümmern, weil das Korruptionsrisiko ist mir zu hoch. Wir werden uns um das Auftragswesen kümmern. Wir werden uns um eine örtliche Polizei kümmern und gehen jetzt nochmal in den zivilen Sektor und sagen, wir möchten ganz gerne auch eine Berufsausbildung haben und das Restgeld behalten wir uns erstmal wieder vor. Wir könnten hier immer Infrastrukturgespräche. Oh, das ist ganz wichtig. Das müssen wir im nächsten Jahr unbedingt mit reinnehmen. So, das Geld behalten wir jetzt erstmal. Inflation sollte sich jetzt im Rahmen halten bei der ganzen Sache und die Korruption sollte auch wieder runtergehen, weil wir da ein bisschen was gegen ankämpfen. So, ein Jahr muss noch vergehen und dann geht es jetzt aber dann auch wahrscheinlich schon los. Genau, Ausstandsgerüchte. Wir haben jetzt die militärischen Operationen und werden uns erstmal das Standardmilitär kaufen. Unsere Einheit einfach und hoffen, dass jetzt nicht allzu viel militärische, äh, ja, mangels Atraktizität. Okay, da müssen wir dann mal was machen. Jetzt brauchen wir erstmal Geld. Was ist das so wichtig? So, da sind, da hinten kommen die ersten Truppen, Rebellentruppen. Das ist schon mal gut, weil dann können wir hier die beiden Regionen einfach dichtstellen und dann ist mir das schnupp, egal, ich glaube, die kommen bei euch hier unten rum, ne? Ja, hier, das ist eine Region, okay. So, ähm, ja, umfassende Hilfe natürlich. Korruption steigt, naja, gut, das hat man ja immer wieder. So, aber wir müssen dort helfen und, äh, jetzt haben wir mehr Geld. Was uns jetzt dann dazu führt, dass wir hier natürlich noch eine Militärinheit mehr auf der Seite holen und eine auf der Seite und natürlich uns die, äh, Garnision, das Restgeld nicht mehr behalten, falls irgendeine Frage kommt. Achtung, Korruption steigt. So, hier können wir natürlich gleich die Garnision bauen. Genau das ist auch das, was da passieren sollte. Und diese Einheit setzen wir erstmal dorthin. Und dann kann diese Einheit, wenn die dort eingesetzt ist, gleich hier rüber gehen und wird von der Garnision natürlich unterstützt. Und wir können hier erstmal die Leute zurückhalten. So. Und hier haben wir schon, das ist schon grün, das ist schon mal sehr gut. Also die Unterstützung, die zivile Unterstützung ist schon mal gegeben, das ist schon mal gut. Da müssen wir natürlich noch dran arbeiten, dass wir jetzt wirklich die regionalen Gespräche noch machen. Ähm, ähm, und dort uns, ja, das ist schon mal gut. Tabellenfliegen nach Delta Dingenskirchens. Können sie erstmal auch. Wir holen uns gleich ein paar Soldaten, um die dort da oben einzukesseln und wegzuholen. So. Jetzt werden unsere Soldaten dort angegriffen, das sollte uns aber nicht weiter stören. Wir wollen die hier erstmal einkesseln. Damit wir die abklemmen und hier unten müssen wir unbedingt eine Einheit hinsetzen. Ah, wir haben Geld gekriegt. Ähm, wir haben Geld gekriegt, was uns dann in die Richtung treibt. Und wir wollen das Elektrizitätsprogramm in die Wege leiten. Ein Feldweg und ein Straßenprogramm. Und militärisch sind wir natürlich dafür unsere, äh, unsere Einheit zu... Ne, wir lassen die 19 mal da. So. So, unsere Zeit läuft. Ja, jetzt ist natürlich hier, durch den schnellen Zeitverlauf haben wir natürlich relativ schnell hier mit den Rebellen ziemlich viel zu tun. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass wir die hier unten so ein bisschen eingerahmt kriegen. Da gehen wir mal drauf. Ah, guck mal, dann greifen wir direkt hier an. Okay. So, hier wollen sie gerne eine Garnision bauen. Das können wir natürlich gerne tun. So. Hier unten die Position halten. Die Position müssen wir auch halten. Also wir dürfen sich hier nicht durchrutschen lassen. Und wir müssen hier jetzt demnächst mit Militär ran. Aber da hoffe ich mal drauf, dass ich, genau, einmal wieder Geld kriege vorher. Ähm, mein Militär ausbaue. Und mein Militär stärker mache. Und das Restgeld behalten wir erstmal. Jetzt mal. So. Die Soldaten kämpfen hier. Hier ist eine Garnision. Ah, jetzt sind sie hier durchgerutscht. Das ist ungünstig. Ich hoffe nicht, dass sie in die Richtung abfliehen. So. Und dann muss mein Militär jetzt so schnell ausgebildet werden. Ich würde gerne auch in Grazionenbau noch unterstützen. Aber haben wir momentan gerade nicht. So. Jetzt sind sie wieder da reingerutscht. Okay. Was haben wir hier für eine Frage? Ähm. Ja. Wir greifen hier mal an. Ja. Der Einsatz der Kollektionsverband endet bald. Ja. Wir müssen hier mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen jagen. Die Rebellen kontrollieren ziemlich große Gebiete. Das dürfte nicht allzu häufig passieren. So. Das mal ein bisschen verlängern. Weil der Ruf geht dadurch natürlich runter. So. Geld haben wir schon wieder gekriegt. Heißt. Wir pausieren mal ganz kurz. Werden unser Geld natürlich jetzt erst mal noch in die Regierung investieren. Doch ja. Na. Medien. Außenamt machen wir mal noch. Äh. Und dann müssen wir natürlich auch wieder gegen die Korruption vorgehen. Korruption. So. Und hoffen, dass unser Militär jetzt hier bald ausgebildet wird. Und... Weil wir momentan haben wir sehr viele Rebellen. Hilfe nun? Ja. Ich weiß. Kommt. Es kommt. Es kommt. Hilfe. Los. Unterstützt. So. Aber jetzt müsstest du doch die Einheit hier mal da unterstützen, oder nicht? Hopp. Kommt. Ja. Karnision bauen. Immer wichtig. So. Gut. Rebellen fliegen für unsere Soldaten. Überraschungsaufgriff. Okay. Gut. Also das mit dem Militär ist mit der jungen Dame hier ein bisschen schwierig. Aber das kriegen wir alles noch hin. So. Wir verstärken unsere Truppen erstmal. Und unsere Garnision nochmal. Ähm. Und dann müssen wir wieder Geld sparen. Für ein weiteres Jahr. Wir müssen noch ein weiteres. Ein oder zwei Jahre müssen wir noch überleben. So. Jetzt ist hier auch Unterstützung da. Sehr gut. So. Ja. Gegen Korruption muss man auch nochmal vorgehen. Oh. Die kriegen jetzt aber auch hier auf den Sack. Das ist gar nicht mal so gut. Oh. Gar nicht mal so gut. Gesprächsversuch. Ne. Verschieben wir nochmal. Okay. Und was ist hier? Äh. Gegen Angriff. Bitteschön. Ja. Rebellenpotenzial sinkt. Und hier haben wir jetzt natürlich einen richtigen. Tja. Da kann ich leider nur mich zurückziehen. Das bringt auch schon mal einen Rebellen. Kostet uns Ruf. Aber unsere Einheiten. Das ist mir zu teuer die Einheiten dafür rauszuhauen. Wir müssen das hier erstmal verteidigen. Einfach erstmal nur. Und dann das Gebirge früher oder später freigewirmen. Auch schon immer bedrohlicher. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wir haben auch jede Menge Einheiten dort. Die Gesprächsbereitschaft ist relativ gering. Aber es ist jetzt erstmal so. Das heißt. Ich werde mich doch darum bemühen nochmal. Eine Einheit dazu zu bekommen. Und ein bisschen Grundstimmung zu schaffen. Und hier bei der Korruptionsbekämpfung. Und dann haben wir gar kein Geld mehr. Oh. Das ist ab Juni. Das ist natürlich eine lange Zeit. Aber es ist halt so. Dann werden wir das hier oben erstmal beruhigen. Damit wir dann hier unten ran können. So. Gut. Dann kommst du hier runter. Verteidig ist erstmal die Gegend. Das unterstützt sich dort. So. Und dann gehst du hier runter und greifst das an. Und dann kesseln wir sie jetzt langsam aber sicher ein. Und müssen dann halt eben gucken, dass wir dann einen nach dem nächsten kriegen. Oh. Da oben sind die Wellen drin. Das ist ja ganz ungünstig. So. Oh. Unser Ruf ist aber. Gar nicht mehr so hoch. Wir müssen unbedingt unseren Ruf erhöhen. Äh. Ich brauch. Militärische Unterstützung an allen Ecken und Enden. Da müssen wir das Rebellenlager aushebeln. Was ist denn da wieder los? Äh. Gegenangriff. Ja, ja. So. Ich muss hier oben mal ganz kurz die Rebellen rausjagen. Rebellenlager vernichtet. Okay. Also die dürfen dort kein, kein großer Ring. Ja. Bitte eine Garnision bauen. Jetzt haben wir hier hinten im Wald auch noch Rebellen. Was ist denn hier wieder los? Verschieden. So. Okay. So. Dann geht's hier weiter. Da hinten hin bitte. Du. Da hin bitte. Das ist hier eine Region. Leider nicht. Das sind mehrere Regionen. Dann gehst du da bitte hin. Was ist das hier? Äh. Verhaften. So. Einer der Blödsinn macht, der muss verhaftet werden. So. Hier oben sind auch immer auch schon wieder Rebellen. Gar nicht mal so gut. Oh. Was ist denn das hier immer gegenangriff? So. Bitte schön. Wenn unsere Unterstützung sinkt. So. Jetzt müssen wir mal ganz kurz so beim Militär gucken, ob ich da was machen kann. Kann ich denn mir da... Ich hole mir noch eine Einheit. So. Dann werden wir hier noch ein bisschen versuchen, gut Wetter zu machen. Verschieben. So. Jetzt müsste sie so langsam hier mal auf dem Rückzug sein. Okay. Sind sie auch. Was ist denn hier wieder los? Nationale Mobilmachung, Ausbildung, zwei zusätzliche Einheiten. Nationale Soldaten, zukünftigen Einsatz, 70% Wahrscheinlichkeit. Jupp. Machen wir mal. Korruption steigt. Egal. Aber wir kriegen zwei weitere Einheiten. Das ist schon mal gut. So. Was haben wir hier? Geteilte Luftwaffe. Neue Luftwaffe. Nationale Kreuzerwaffe. Luftwaffe. Schützenkoalition halten, wenn verfügbar. Stärke. Nationale Soldaten steigt leicht. Stärke sinkt leicht. Äh. Ja. So. Gut. Jetzt müssen wir mal mit der Einheit noch wohin hier. Ich weiß nicht, ob da oben noch Rebellen unterwegs sind. Ich sehe es gerade nicht. Aber wenn ja, dann hoffe ich, dass ich die jetzt wegkriege hier. So. Jetzt sind sie auf jeden Fall erstmal gut beschäftigt, die Rebellen. Und jetzt wollen sie auch ins Gespräch haben. Sehr schön. So. Das ist aber schön. Das habe ich schon zum Liga gehabt, dass hier sowas kommt. Dass wir da zwei haben. Äh. Internationale Kräfte bleiben erstmal. Wir müssen unseren Ruf steigern. Unbedingt. Weil, äh. Wir werden früher oder später hier. Ähm. Das Problem kriegen, dass wir keine. Ähm. Ja. Eine schicken wir jetzt nach Hause. Okay. Weil hier kommt eh eine neue. Internationale Kräfte kommen hier nochmal neu. So. Rebellen ausgeschlossen. Das geht ja ziemlich schnell hier, ne? Machen wir die Zeit ein bisschen langsamer. So. Und dann machen wir hier, äh. Rebellen, Entschuldigung. Die sind daran schuld. So. Und dann werden wir jetzt mal hier ganz kurz Militär hier oben einsetzen. Und unser Militär hier einsetzen. Aber das sieht man nämlich schon, wo es wieder rappelt hier in der Kiste. Wie blöde. So. Die müssen wir nochmal umstellen. Rebellen geben Waffen ab. So. Und hier müssen wir die Rebellen auch umstellen. Wollen wir mal, ne? Wir müssen in das Land gehen. Das Laien gehen. Die müssen wir nochmal ein bisschen im Trab halten. Äh. Unter Aufsicht nehmen. Kraftwerk ist immer gut. So. So. Haben wir hier. Erstmal wird das Abkommen abgelehnt. So. Das war natürlich jetzt, äh, teuer. Aber es hat ordentlich Ruf gebracht. Das Rebellenlager. So. Jetzt müssen wir hier mal ganz kurz die Sache einkreisen hier, damit wir die wegkriegen. Bedrohung durch Rebellen wächst. Ja, das ist klar. Aber wir werden jetzt hier die Rebellen natürlich hoffentlich relativ schnell rauskriegen. Und dann müssen wir sie hier mal ganz kurz auf Position halten. Und da oben müssen wir mal hin. Die verlängern wir mal nochmal. So. Und hier oben müssen wir mal reingehen. Und die Koalitionsgruppen dazu verwenden. Die Einheiten dort. Naja. Eine Galition bauen. Das ist immer gut. Die unterstützt uns noch weiter mit beim Kämpfen. Das ist immer gut. Das haben wir hier oben. Ähm. Neue Football Liga vorgestellt. Äh. Ja. Komm. Egal ob das mehr kostet. Aber in dem Gebiet haben wir natürlich dann sehr gut. Sehr viel Unterstützung. So. Wir haben jetzt momentan 19 Rebellen. Die sich alle hier wahrscheinlich aufhalten. Die blöde. Die müssen wir ja nur zurückdrücken. So. Obwohl. Hier haben wir auch noch eine Grenze zu. Hier oben. Das hat geklappt. Okay. Die sind raus. Da wollen sie angreifen. So. Was haben wir hier schönes? Gegenangriff. Alles klar. So. Und dann gehen wir da rein. So. Ähm. Zugeständnisse einfordern. Hier nehmen wir mal wieder 33% runter vom Dings. Gibt natürlich gleich wieder ein paar mehr Rebellen dadurch. Kennen wir ja schon. Aber hier sind sie jetzt eingekesselt. Und wenn die raus sind. Also wir sind mir einfach zu viele Rebellen am Leben. Noch. So. Und jetzt haben wir so bis aufs Null runtergekämpft. Das heißt, wenn sie jetzt einen Gesprächsversuch machen. Dann können wir natürlich auch das Abkommen zustimmen. Denn momentan kontrollieren sie keine Region. Und es gibt keine Rebellen. Und das kostet uns dann keinen Ruf. Interessant ist natürlich, dass jetzt Rebellen da oben kommen. Also da sind ein paar Einheiten drauf. Aber das sollte sich jetzt so durch sein. Und wir haben es geschafft mit der O-Nomen mal eine Runde zu gewinnen. Und sogar noch jede Menge Geld über zu haben. Das heißt, wir könnten jetzt theoretisch hier in den Regierungsoptionen noch Sachen neu hinzubringen. Aber wir mussten ordentlich Militär machen. Und interessant war einfach diese Möglichkeit, dass wir zwei zusätzliche eigene Militäranhalten gekriegt haben. Das fand ich sehr gut. Summer Uniform hat gewonnen. Wir haben mit unserer Bankerin jetzt auch mal was gewonnen. Aber wir mussten es leider auf leicht spielen. Und auf einer Karte, die relativ leicht zu verteidigen geht. Auch wenn wir da doch sehr viel Trouble hatten. So. Glückwunsch Präsident General freigeschalten. Und wir haben den Berater Faule Architektin freigeschalten. Faule Architektin klingt ja gut. So. Dann gucken wir doch mal, was so eine Faule Architektin macht. Und was der General hat. So. Wir gucken jetzt einfach mal hier nochmal auf Pistazienwald. Äh. Weiter. So. Der General. Langjähriges Mitglied der Nationalarmee. Starker Verwächter militärischer Lösungen. Joa. Gut. Also da werden wir wahrscheinlich auf der militärischen Basis ein bisschen was kriegen. Und die Faule Architektin. Ist die hier drinne? Faule Architektin. Ähm. Du baust das Hauptquartier an einer willkürlichen Stelle. Du beginnst das Spiel mit mehr Geld. Ah. Okay. Das heißt also, das Hauptquartier wird irgendwo hingesetzt, aber man hat mehr Kohle, damit man die Korruption gleich hochdrehen kann. Naja gut. Wir werden mal gucken, was das für ein Perk oder ob das ein Debuff ist. Alles klar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Like da lassen und dann ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Wir haben eine Runde endlich mal mit der Präsidentin gewonnen. Das werden wir jetzt mit dem General noch so durchziehen, damit wir jetzt die ganzen Generäle einzeln freischalten. Oder beziehungsweise nicht Generäle, sondern Staatschefs, die man da freischalten kann. Damit wir uns dann natürlich für die schweren Operationen, also wenn wir dann wirklich auf Schwer spielen, alle Optionen offen haben und uns vielleicht unser Deck so zusammenstellen können. Vielleicht sogar auch auf die Region hinzugeschnitten, dass man dann halt jemanden braucht, der in den Wüstenregionen vielleicht eventuell ganz gut ist, weil er, keine Ahnung, Sandkörner gut zählen kann. Dass dann, ja, wir dort optimal auch für den Sieg kämpfen können. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.